0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ja, hat man ja wieder ein Problem, das habe ich ehrlich gesagt. Wir zu öft. Also wir sind ja auch relativ krudant, weil wir ein Packer aussehen. Geil, Eckram. Es sind Feinde in der Gegend. Entweder zerstören wir sie alle oder nehmen ihre Basis ein. Los geht's! Ich bin offen. Ich bin auch offen. Ich bin offen. Jetzt weg, der nehmt sich raus. Ja. Jetzt geht's nicht raus. Nein, weiter runter. Ich bin offen. Ich bin offen. Ja. Genau. Ja, ich kann mal hier das 3-Pushen. Ja, das ist 3, ja. Ich kann mal hier das 3-Pushen. Das ist 3, ja. Krass. Ich kann nicht mehr auf dem Leberpeter fallen hier mal rein hier oben. Äh, der war schluss. Gnacken. 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 Okay, ich geh jetzt ins Reload. Ich bin voll. Ja, ich muss gehen. Wir wurden in 6. Feuererlaubnis erteilt. Kette getroffen. Kette getroffen. Bin wieder offen. Wieder offen. Ich bin oben. Wir sind jetzt schon oben auf dem Berg, was soll ich denn jetzt machen? Unsere Kette ist abgegangen. Wir sitzen fest. Bin raus. Ich belasse Ziel. Wir hauen die Panzer rumgeschlagen. Und hinter sich. Schussbereit. Und Schiff. Wir gehen direkt hin zur Buch 들어가. Wir kommen direkt hin zu Seite. Ich bin direkt hinter der Buchhabe. Wir sind in der unteren. Dann bef messing die Sprache. Vielen Dank. Vielen Dank. Es war leer. Wir haben die Panzerung durchschlagen. Geschützt geladen. Wir wurden entdeckt. Feuererlaubnis erteilt. Schleser. Gebe Ziel frei. Unsere Kette ist kaputt. Wir können uns... Rechts auch. Rechts auch. Rechts auch. Rechts auch. Rechts auch. Ja... Rechts auch. 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 Links. Wir hätten das nicht machen dürfen, wenn wir offen waren. Ich war erst offen, wo ich oben war. Und auf der Mitte des Berges brauche ich nicht mehr umdrehen.